Und wir sind wieder zurück bei Dark Souls 3. Herzlich Willkommen! Also, wir haben in der letzten Folge... Ja, rollt sie wieder, rollt sie wieder, die rollige Kugel! So rollig sie ist... Da rollt sie vorbei. Meine Seelen habe ich verloren. In der letzten Folge habe ich meine Seelen verloren. Wir haben uns in den Katakomben total verehrt. Ich muss gestehen, es ist auch ein sehr spezielles Loch. So, also, irgendwo hier habe ich meine Seelen verloren. Meine Unschuld. Ich will es nicht hoffen. Sehr gut. So. Du folgst mir jetzt. Warte mal, die ist jetzt auch kaputt? Oh, geil. Kaputt gegangen, wollte ich sagen. Hüt! Sehr schön. Wow, eine Krabbe! Was machst du? Ich! Nein! 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 Verdammt. Da ist einfach noch eine Krabbe. Warum? Ich meine, was habe ich dir getan? So. Jetzt. Okay, immer wenn die fetten Kugeln kaputt gehen, dunkler Edelschein, plopst da etwas raus. Hat mich gesehen. Scheiße. Jetzt mag ich dich. Nein! Du bist eine nervtötende Ente. Ente, 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 Ente. Eine Ente. Ja. Das Problem ist, sie sind schnell und stark und gross. Und die Atem riecht nach Fisch. Also alles, was geht, ist... Oh, cool. Dahinter lassen wir natürlich auch eine Nachricht. Und zwar Orte. Die Heimfahrt. Abschliessen. Ja, zack. Den hier bewerten wir natürlich als gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn bewertet habe. Ich glaube nämlich nicht. Hi. Hi, hi, hi. Bist du also runter? Ich nehme das mal, ja. Sag Bescheid, wenn du wieder da bist. Verdammt nochmal bist du schnell. Aber nicht schnell genug. Au. Du hast selber keinen Plan, oder? Du hast keine Ahnung, wo du eigentlich hingehst. Du schlägst einfach irgendwie zu. Affe-Tot-Klampe zu. So in dem Stil. Nein. Was veranlasst dich, wieder aufzustehen? Ich hab's dir nicht erlaubt. Arsch. Achso. Wenn er keinen Loot liegen lässt, ist er noch nicht komplett tot. Große Titanitscher. Ah, das ist die andere Seite. So ist es also. Das heißt, der Geheimgang ist so nützlich wie... Wie... Was weiss ich. Mir fällt gerade kein Scheißvergleich, ja. Irgendwas halt. Das hab ich noch gesucht. Kartus rot. Und was kann ich damit machen? Ich schau's mir mal schnell an. Das schadet ja nicht. Fügt einer... Blutungseffekt... Oh, das ist aber nett. Blutungseffekt ist ja nett. Ach genau, ich wollte eigentlich noch Seelen einlösen. Hm. Ach, sei's drum. Okay. Das heißt, das oben haben wir jetzt entdeckt. Der Geheimgang, der führt ebenfalls wieder... Also ist ein Kreis im Prinzip. Also sinnlos. Eigentlich. Ich glaube, hier gibt's verdammt viele Geheimgänge. Und ich weiß jetzt, wo ich hinkomme. In der letzten Folge haben wir... Oh, 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 oh. Ja, genau, da bleib... Nein! Stirbst du? Ja, er ist tot. Das sollte aber eigentlich, glaube ich, nicht so sein. Komm, zurück. Nochmal zurück. Ein bisschen weiter so. Noch ein bisschen. Du schaffst das schon. Du bist ein... Oh. Verflucht. Ich mag die nicht. Kann man mir das übel nehmen? Ich mag die Großen nicht. Die wird ihrem Fischmund gerufen. Also das ist eine stabile Brücke. Für alle, die das nicht wissen, dieses Knarz-Geräusch, das symbolisiert Stabilität. Das Ding wird sowas von zusammenfallen, wenn ich da drüber laufe. Ich wusste es. Und du bist nicht alleine. Viele Freunde du hast. Haben wir jetzt nicht mehr. Wir machen das auf. Dann haben wir eine Abkürzung. Den Hebel. Ganz ehrlich, ich reisse die Brücke bald selber ein, weil sie mir auf den Sack geht. Ich weiss es, Brücke. Ich weiss es. Stehst du auf? Ich gehst hoch. Ehepartner voraus. Dann weiss ich, wer da oben ist. Und zwar der Stille. Hi. Nö, nö, immer noch nicht. Seit der letzten Folge nicht, ne? Oh, ja, ich sehe. Ich habe hoch und hoch mit kein Glück. Vielleicht hat er die Katakombe verlassen. Oh, Horace, wo hast du auch zu? Diese Brücke. Davon werde ich nachts noch träumen. Werde ich dann ins Lagerfeuer sitzen und einschlafen. Verdammte. Angst. Renn! Kann ich die zum Einstützen bringen? Kappt die Seile. Kappt die Seile. Scheiße. Verdammt. Aber da fallen einige, glaube ich, runter. Verdammt, verdammt, verdammt. Was? Lasst mich in Ruhe. Dann lasse ich euch auch in Ruhe. Oh, shit. Oh, shit. Oh, fuck. Das nimmt kein gutes Ende. Das nimmt kein verdammtes Ende. Das nimmt kein verdammtes Ende. Das nimmt kein gutes... Warum genau sind auf einmal alle aufgestanden? Und wie kann ich das umgehen? Ich hätte nicht so weit vorne sterben sollen. Jetzt liegen die... ganz schlecht. Drei, zwei, eins und... Hallo! Ich nenne ihn jetzt Rüdiger. Das ist Rüdiger die Kugel. Nein, das braucht... Rüdiger... Rüdiger die rollende... die rollende Kugel. Rüdiger das rollende Luder. Das finde ich besser. Rüdiger... das rollende Luder. Weil Rüdiger das kann. Nein. Ich will nicht, dass du mich tötest. Können wir nicht eine Abmachung treffen? Ich hole meine Seelen und du... guckst du, dass du Land gewinnst oder so. Ich weiss es nicht. Irgendetwas halt. Das wäre eigentlich scheißegal, was es ist. Aber ich sage, du verpissst dich! Du hast sicher nicht viele Freunde, so wie du dich benimmst. Das ist einfach... Nein! Jetzt kommt noch eine Ratte. Und wieder diese Wurfmachete. Ich glaube, das ist ein Item. Na, ich höre die Brücke wieder. Die machen mich wahnsinnig. Ich kann sie nicht leiden. Als Maul. Die Brücke nefft schon genug. Verdammte... Verdammte... Axt! Nein! Meine Seelen! Ich habe leicht den Eindruck, ich bin nicht stark genug für die Stelle hier. Ich hasse die Kanter kommen. Da gibt's Rüdiger. Da gibt's Rüdiger. Das Rollen der Luder. Die anderen Vollidioten. Jetzt sind die 22.000 Zielen für die Katze! Komm, Rüdiger, mach hinne! Roll, roll dich weiter! Ja, mach kein Rad auf! Ich kann dich nicht leiden. Wir waren ja beste Freunde. Und heute kann ich dich nicht mehr leiden. Ich kann dich nicht mehr leiden. Wir waren ja beste Freunde. Nein! 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 Komm, Rüdiger, du hilfst mir jetzt. Ja, trau dich! Schneller, schneller, schneller! Jetzt verpisst er sich wieder. So sieht's aus, Kumpel. Ich hab rollende Freunde! Und... Und... Komm, trau dich! Trau dich! Trau dich! Komm, komm, komm! So. Ich bin jetzt sterb. Scheiße! Wie, ich... Wie, ich... Wie, ich... Das... Also, ob es Bossgegner wären. Dafür brauche ich... Ich hab ja teilweise einen Bossgegner weniger lang als an dem. Das ist ja nicht normal. Ja. Das ist ja nicht normal. Komm, roll bitte runter. Für mich. Dankeschön. Warum hast du das vorhin nicht machen können? So eine Selbstmordaktion begrüße ich eigentlich sehr. Na, stimmt. Warte mal. Ich kann ja eigentlich einen Schleichweg nehmen. Warum hab ich nicht einen Schleichweg genommen? Blüde ist, wer Blödes tut. Du junges Blut. Ich selber... Mh. Volant normal. Jetzt stehen sie alle auf. Und kommen alle her. Ich will mal schauen, ob ich sie alle auslöschten kann. Uh. Ich denke nicht, dass das gut geht. Gut geht. Ah. Ah. Ich hasse die Katakomben. Es war alles gut bis zu den Katakomben. Jetzt sind wir hier und ich sterbe am laufenden Fließband. Drecksloch. Hallo, Rüdiger. Ach, ich warte, bis du zurückrollst. Sonst wird das nix. Hallo. Scheißding. Dann werden wir mal gucken. Wo? Wo war das nochmal? Ich glaub, wenn ich hier... Nein, das war es noch nicht. Das war weiter oben. Ich kann hier hoch. Dann hab ich jetzt zwei Feinde. Ich hab's drauf. Ich hab's drauf. Unmissverständlich kann ich das sehr gut hier. Ein stilles Talent von mir. Ich finde überall Freunde. Ich weiß auch nicht, wie ich das mache. Mal ein Hops zurück. Mal ein Hops zurück. Dann halt nicht. Gibt's keinen Hops. Nein. Halleluja. Super. Jetzt hab ich's gewechselt für nichts. Ich nehm's trotzdem zu mir. So. Also. Das ist clever. Und hat zwei Daumen. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie ich hier überhaupt... ...hinkommen würde. Weil ich hab keinen blassen Dunst, wie der Weg geht. Es ist so nah. Und ich vollpfosten nehm den Weg einfach nicht. Jetzt weiss ich, wo ich durch muss. So. Will ich die jetzt alle nochmal probieren zu töten, oder? Oder nicht? Ich renn mal rüber, und ich probier's trotzdem. Ja, hier kann ich rechts noch runter. Stoß in den Rücken. Kann auch nette Brüste entzücken. Ich hab nur ein gutes Gefühl dabei, wenn die so wie die Wilden hier hinrennen. Nein. 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 Warum, warum fahr ich die ganze Zeit in den Tod? Und auch das Singen macht's nicht besser. Ich, das... Wah! Katakomben von... Ich kann's bald nicht mehr lesen. Und Rüdiger rollt vorbei. Er ist rollig und... ...so rund. Ich hasse ihn. Er ist kunterbunt. So, jetzt. Ich nehm eigentlich... Ich hab die ganze Zeit den anderen Weg genommen. Wie kann ich nur? Schande über mich. Schande über mich. Ich probier's trotzdem nochmal. Ich geb's nicht auf. Ich will die alle töten. Ich mein, da muss doch was möglich sein, ey. Hier kann ich nicht hin. Hier rein, wie hin. Und ich versteck mich ganz im Eck. Ich versteck mich hier ganz im Eck. Wenn nur einer kommt, ist vorher erst gut. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Die wissen genau, was sie tun. Und ich hab keinen blassen Dunst, was ich mache. Nicht schon wieder. Ich glaube, die töten sich mit der Zeit einfach selber. Ich muss da gar nicht so wahnsinnig viel machen. Ich muss einfach ausharren. Genügend lange. Dann geht das schon von... Oh nein! Mehr oder weniger. Glaube ich. Komm. Okay. Wie viele rennen auf der anderen Seite noch rum? Drei, vier, fünf. Warum... Achso, und das ist der Böse, der noch da steht. Okay, eins. Mit zwei werd ich fertig. Mit einem werd ich fertig. Mit zwei werd ich fertig. Das sind die Kanickel unter denen. Ihr habt das ganz gut im Griff, Jungs. Ich muss schon sagen, ihr seid... Wow, shit. Ja. Nein! Ich rolle jetzt weg. Ich rolle weg. Sag mal, bin ich bekloppt. So, wir haben es geschafft. Vision von Stoss in den Rücken. Auch der kann entzücken. Okay, hier kann ich auch nicht weiter. Ah, da ist noch einer. Dich mische ich auf. Ah, der hat sich hier rein manövriert. Der kommt nicht raus. Dann zerlegen wir dich mal in... Einzelteile. So. Das waren jetzt alle. Ja. Nirgendwo ist auch nur ein Knochen übrig. Ach, dieser verdammte Brücke knarzt nach wie vor immer noch. Ich glaube auch nicht, dass ich hier irgendwo runterspringen kann, oder? Das ist einfach ein sinnloser Pfad. Er wirkt auf alle Fälle sehr sinnlos. Ja, Brücke, ich weiß. So. Okay. Bevor wir aber herausfinden, was hinter diesem Türchen ist... Vorsicht, Frau Bräu. Besuch, Arm. Ich habe die Stille befürchtet, dass es ein Boss ist. Ha. Aber wir werden sie erst herausfinden in der nächsten Folge von Dark Souls. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ich habe die Stille befürchtet, dass es ein Boss ist.